Stephen Barclay wird neuer britischer Minister für den Austritt aus der Europäischen Union. Der 46-Jährige sitzt seit 2010 im Unterhaus des britischen Parlaments und war bislang Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Barclay ersetzt Dominic Raab, der am Donnerstag aus Protest gegen den Brexit-Abkommensentwurf zurück trat. Raab war erst seit Juli im Amt. Zuvor führte David Davis rund zwei Jahre lang als Unterhändler die Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Auch die Leitung des Arbeitsressorts wurde neu besetzt. Die frühere Innenministerin Amber Rudd folgte auf Esther McVeigh, die wie Raab ihren Rücktritt eingereicht hatte.